Es war ein ganz besonderer Transport. Ein Transport, der sowohl für die Antritts AG als auch für die Zellstoff Pölz eine Herausforderung darstellte. Das Herzstück der neuen Kraft-Papiermaschine, welche Ende 2013 in Pölz in Betrieb gehen soll, ein Zylinder mit rund 6,7 Metern Durchmessern und einem Gewicht von 150 Tonnen, wurde von Graz über den Kleinalbtunnel und die S36 nach Pölz geliefert. Wir fahren heute durch den Kleinalbtunnel, was an und schließlich keine große Herausforderung ist, weil wir eine Tunnelbreite von 7,40 Meter haben. Engstelle wird sein die Mautstelle, da haben wir eine Durchfahrtsbreite von 7 Meter. Und die größte Engstelle, die wir heute zu erwarten haben, ist die Grünhübelbrücke am Ende der S36. Da haben wir eine Durchfahrtsbreite von 6,80 Meter und 6,71 sind wir breit. Das heißt, da wird es eine ganz, ganz enge Angelegenheit und da wird das Können der Fahrer gefordert. Bereits bei der Fertigung der Teile bei der Antritts AG musste mit höchster Präzision gearbeitet werden, um den späteren Zusammenbau des Zylinders vor Ort am Gelände der Zellstoff Pölz zu ermöglichen. Der Bauteil wurde in den Antrittswerken in Ungarn hergestellt. Er ist in diesem Sinn der größte Stahl-Yenke, der auf der Welt gebaut wird, besteht in dem Fall aus zwei Teilen. Er hat einen Durchmesser von 6,70 Meter, eine Bahnlänge von knapp 6,5 Meter. Nicht nur für die Zellstoff Pölz, sondern für die gesamte Region ist diese Investition mit einer Summe von 115 Millionen Euro von enormer Wichtigkeit. Für uns geht natürlich das Wachstum des Standortes über alles. Das ist das Wichtigste, um bestehende Arbeitsplätze absichern zu können und auch neu zu schaffen, was wir mit dem Projekt tun. Und das Zweite ist, dass wir einfach die Integration nutzen wollen. Das heißt, wir haben den Zellstoff selbst im Haus, wir haben die Energie im Haus, wir haben Strom, Dampf sozusagen, das ja ganz wichtig ist für eine Papiermaschine. Und das führt dazu, dass wir diese Synergien einfach nutzen wollen. Und deswegen investieren wir. Die Arbeiten am Zylinder werden jetzt einige Wochen und Monate dauern. Wie geht es dann weiter? Ja, also jetzt werden diese zwei Teile, die angeliefert wurden, zu einem Ganzen zusammengeschweißt. Das ist also, wie gesagt, ein sehr präzisionsintensiver, hochtechnischer Vorgang. Und da werden wir jetzt ungefähr zwei Monate dafür brauchen. Dann wird Ende Mai, Anfang Juni dieser Zylinder in die Maschine hineingehoben, die in der Zwischenzeit sozusagen schon zum Großteil errichtet sein wird. Und bekommt dann sozusagen noch einmal eine Schicht, die aufgetragen wird. Und diese wird dann noch einmal nachbearbeitet. Also das wird teilweise sogar händisch nachgeschliffen. Und da geht es, wie gesagt, um Hundertstel Millimeter. Und das ist also ganz entscheidend. Und das ist der nächste große Schritt für uns. Ende 2013 soll dann im Pölz das erste Papier der Marke Starkraft produziert werden. Doch was macht denn dieses Papier so besonders? Na, das Besondere heißt, also Kraftpapier, das ist also alles, was mit Verpackung zu tun hat. Das Papier beginnt bei Einkaufstaschen, so wie man sie kennt von Kaufhäusern oder auch vom Bäckerbrot und Semmelbeutel sozusagen. Bis hin zu Zuckersäcken, Mehlsäcken. Also es geht darum, dass das Papier einfach eine hohe Reißfestigkeit braucht. Bei doch parallel einer Luftdurchlässigkeit, weil diese Säcke werden mit hohem Druck in hoher Geschwindigkeit gefüllt und dürfen da nicht zerreißen. Und das ist eben ein Spezifikum unseres Zellstoffes, den wir hier produzieren, dass der diese Qualität sozusagen mitbringt, um ein solches Papier überhaupt produzieren zu können. Eine wichtige Investition in die Erhaltung und Sicherung des Standortes der Zellstoff Pölz AG.